Hier, komm. Spielt mal, ne? Spielt mal. Komm, das Spiel heißt, findet das Geheimnis. Los, macht was. Wie war denn heute dein Tag? Ja, ganz erfolgreich bisher, ne? Einige Zwischenfälle gab es aber trotzdem. Ja, aber das werden wir schon berufen kriegen. Oh, was ist denn hier los? Windig. Das geht schon mal nicht. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei dem, wenn das so blinkt hier. Irgendwie. Ich tippe mal, wir haben mal wieder eine Rätsel an der Backe. Ja. Es gibt hier ziemlich viele Rätsel, ne? Ja. Er hat die Energie aus der Umweltsteuerung kurz geschlossen. Können Sie da was machen? Nein. Der einzige Weg, die Falle zu deaktivieren, ist irgendwie den Generator zu zerpflücken. Es dreht sich zu schnell. Ich kann nicht sehen, was abgeht. Ja, jetzt. Guck mal. Ich versuch's. Achso, ich bin die Dinger zerhacken. Warte mal. Warte mal. Nimm die mal weg. Wir müssen die wahrscheinlich da hinten einfügen. Ja. Sehr gut. Wow. Sehr gut. Aber erstmal muss... So. Fehlt da noch einer. Da ist noch einer. Okay. Gehen wir mal rüber. Ne, da geht's aber nicht. Oder müssen wir die einfach nur denn da... Hä? Wie willst du die da reinkriegen? Oh. Das ist das? Das geht nicht, ne? Ne, ne. Hier hinten kannst du aufladen, ne? Bei der Station. Guck mal. Ja, ja. Hallo. Wie ist es mal voll? Wo kann man das einsetzen? Ah. 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 Vielleicht werde ich ja hier rausschlau. Generator ist noch online. Ah. Ich muss mal wieder mein Gehirn anstrengen. Oh. Fassel einschmeißen. Ich nehm das einfach mal mit. Vielleicht wird das irgendwo magisch angesogen. Haha. Ja, aber den aufzufahren bringt ja gar nix. Ne. Okay, wir haben das schon mal hier weggenommen. Hm. Ich würd's ja verstehen, wenn ich wüsste, das würde am anderen auch gehen, aber... Hier kommen wir irgendwie nicht durch. Müssen wir das in der Mitte irgendwie dagegen? Ne, ne? Hab ich grad schon probiert, aber irgendwie bringt das nix. Ne. Oh, ich liebe das ja. Oder muss man das... Warte mal. Diese komischen Enden hier an der Seite. Ne. Muss man das vielleicht wieder einfügen? Aber ich glaub, dann bringt das ja auch nichts. Ja, eigentlich bringt das nix. Dafür haben wir sie ja rausgeholt. Ja. Ach, scheiße. Was gibt's denn hier noch im Raum? Eigentlich nur noch... Muss man hier noch irgendwas drücken? Generator aktiv. Ja, das ist blöd. Wieso ist der aktiv? Nein. Scheiße. Oh nein. Jetzt hab ich viel... Das war jetzt dumm von mir. Wenn wir das behoben kriegen, den Generator abzustellen, kommen wir erst so richtig weiter. Ja. Ja. Aber hier, guck mal hier, ne? Siehst du das? Hier am oberen Ding. Ja. Ganz oben drauf sind Schrauben. Siehst du das? Ja, ja. Dort suchen wir, wo Schrauben rein müssen. Falls ist sowas oben. Hm. Wo? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Oh. Kann ja nicht wahr sein. Also, was ist denn hier? Warte, ich guck mal ganz kurz bei dem Mission. Wie war das? Auf zwei? Ja. Da steht nichts mehr. Da steht nichts mehr. Okay. Kann man hier irgendwas drücken? Ne. Ah, Ding, 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 Denken. Was hat das hier mit auf sich? Hä? Hat der vorhin noch irgendetwas gesagt, was wir damit machen müssen? Also, er dreht sich ja in die falsche Richtung. Das habe ich soweit verstanden. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel verstanden. Hier auch leider keine Vorrichtungen oder sowas in der Art. Ne, ne, deswegen, ne? Hier ist gar nichts. Hm. Hm. Also, hier links, das können wir nicht, ähm, verlangsame nur das Rechte. Irritiert ja hier dieses Stromkabel, aber damit kann man auch nichts machen. Ne. Weil halt so komisch blinkt hier, weißt du? Ja. Gehen langsam, aber sicher die Ideen hinaus. Hä. Scheiße. Oh, sorry. Warst du das? Warte mal kurz. Wo zeigt denn jetzt das Blaue hin? Das zeigt da runter, oder? Aber hier ist doch gar nichts. Oder zeigt das nicht hier hin? Ne, das zeigt... Das zeigt hier hin. Aber hier kann man auch nichts machen. Oh, was ist denn das für eine Rätsel? Hä? Wie kriegt man das hier gestoppt? Was? Das hat... Also, hundertprozentig irgendwas hier. Nur, ich frage mich nicht was. Hä? Ich glaube, die Stasis-Station ist auch leer. Ey, ich verstehe das gerade gar nicht. Also, ich bin leider gerade auch total überfragt. Was kann man denn hier machen? Ah, was ist das hier? Ah, nee, das ist die... Okay, nee. So habe ich es erreicht gelesen. Ja, ich dachte gerade, da wäre noch irgendwas. Hä? Ach, nicht wie ich das gemacht habe. Oh, scheiße, jetzt ist es weg. Fuck. Weg. Ich hoffe, wir brauchen die nicht noch irgendwie. Ähm. Hallo? Scheiße. Ey, lass doch nicht wahr sein. Okay, jetzt ist das nächste auch weg. Und das dritte auch. Ja, scheiße. Naja. Naja. Die brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Das ist, wenn man noch mal hier... Wir fahren nochmal runter. Ja. Herrlich. Was stand denn auf dem Monitor? Statt da immer noch Falle aktiv? Auf welchem Monitor? Auf der rechten Seite? Stand Generator aktiv? Ja, meinte ich auch. Aber der sagt, wir sollen da wieder rein. Äh. Klecker hier. Hä? Äh. 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 So, vielleicht... Vielleicht redet ihr jetzt den Text auch mal. Huff ich mal. Ja. Sonst blick ich leider gar nicht durch. Ne. Ich bin eh wirklich an dieser Stelle abgebrochen. Hahaha. Er sagt leider keinen Ton. Nein. Und die Teile sind auch leider immer noch weg. Kann man sich hier irgendwie töten lassen? Hahaha. H-U-F. Komm, ich springe. Ne. Ach, Mann. Wie springt man denn nochmal? H-U-F. H-U-F. Geht hier nicht. Achja, geht ja in dem Spiel nicht. Ist man am Kauen? Was? Ich bin am Kauen, ja. Hahaha. Ja, 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 ja. Ja, ein bisschen, äh, ne, für... Für die Gehirnzellen. Bisschen, äh, was Frisches. Hahaha. Ja, aber was bringt das, wenn, äh, die Teile jetzt alle weg sind? Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Ich will mal dafür die Teile gebraucht haben, ohne Spaß. Ja, aber für was? Das B Ding anmachen. Das ist doch scheiße. Ja, wie, wie, was machen wir jetzt? Warte mal. Anzugstation. Ich kapier' das nicht. Keine Chance. Oh! Hahaha. Mucke rastet aus. So, vielleicht biegt mir das ja was. Was denn? Was ist da? Ah, ja, was ist das nochmal? Wie mach ich das denn? Ah, hier. Also, direkt vor uns. Irgendwas müssen wir hier machen. Oh! Oh! Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich sag's doch irgendwann mit dem Generator hier zu tun, aber frag mich nicht was. Hä? Da ist doch auch gar nichts. So, was hab ich den hier hingelegt? Vielleicht kann der das für uns regeln. Ja, komm Fifi. Hahaha. Helf uns. Scheiße. Hä? Wie hast du den da hingelegt? Keine Ahnung. Das Ding ist auf jeden Fall scheiße. Ah, jetzt. Hier kommt mir wirklich hier. Ein Fifi. Sehr gut. Zeig uns den. Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja. Und jetzt? Pass auf, jetzt jagt der alles in die Luft. Du sollst was machen, hab ich gesagt. Hahaha. Boah, Bro, ich hab keine Ahnung gerade. Ich auch nicht. Selbst der Köter weiß anscheinend nichts. Und der ist schon aus der Zukunft. Ja. Komm, komm, komm. Jetzt zeig uns was. Ja, los, los. Ach, ja, ja, ja. Ja. Er läuft wieder zurück. Hier, komm. Spielt mal, ne? Spielt mal. Hahaha. 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 Komm, das Spiel heißt, findet das Geheimnis. Hahaha. Hahaha. Los. Macht was. Komm Kingston, komm. Du schaffst es schon, komm. Komm, du willst doch komisch die Zinkerköter da schlagen. Komm, komm, komm. Hahaha. Ja, fein, Fifi, sonst gibts doch einen Zwitsch hier. Hahaha. Hahaha. Ich bin wirklich. Hahaha. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ne, also, boah. Was soll man hier machen? Ja, vor allem die Dinger sind weg und ich weiß nicht, wo du die noch herkriegst. Ne, die kriegst du auch nicht mehr. Boah. Boah. Also, er zeigt die ganze Zeit irgendwas hier, aber ich versteh es noch nicht. Aber, Bro, ich sag's ja nur ungern, ne? Na? Hahaha. Wir versuchen das Ding rauszuholen. Hahaha. Ja! Jawoll! Juhu! Juhu! So, jetzt, Fifi, hä? Was machst du damit? So. Fußball. Hahaha. Das darf nicht wahr sein. Also, irgendwie nach... Versuch mal, kann man das da irgendwo anbringen? Hier, warte mal, hier, mach mal Kopfball. Ja, los. Au, scheiße. Warte, 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 warte noch mal. Warte mal. Hahaha. Ich hab so'n Scheiß heute im Kopf. Das wird... Ah! Hahaha. So. Kann man das irgendwo einsetzen? Nö. Oh! Nein, 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 nein! Ist es schon wieder weg? Oh, Gott sei Dank. Ja, aber wohin damit? Ich hab ja grad gedacht, kurz da. Aber dann... Ja, auch nicht. Boah! Na! Na! Oh, fuck, ey! Hahahaha! Ey! Das ist geil, wenn das Spiel blind ist. Man hat von nix ne Ahnung. Ja. Hä? Wo sind unsere Köter hin? Äh! Wo sind unsere Köter hin? Hahahaha! Damit werden wir den eigentlich wieder auf? Weiß ich gar nicht. Ach, der bleibt doch weg! So, ähm... Ja, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung! So! Ey, das ist doch schlimm. Warte mal, warte mal, warte mal! Geh ich mich oder ist da ein Loch? Ach, das darf nicht wahr sein! Ja, so. Soll ich dich umbringen? Das geht mir leider nicht. Hä? So, was macht ihr hier? Hier Gruppenkuscheln oder was? Fifi und Fifi. Ja. Von denen hab ich mir auch mehr erhofft. Ja, aber ehrlich, ey. Wofür hat man einen Köter, wenn die einen nur enttäuscht? Ja. Dann kaufe ich mir doch den nächsten Hamster. Hahaha! Ja, aber irgendwas muss uns jetzt einfallen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll man hier machen? Boah! Ich seh aber auch nirgendwo, was man wegziehen könnte oder... wo noch was fehlt oder keine Ahnung. Ne, das ist ja das Problem. Ist doch blöd, man kriegt ja die linke Seite hier irgendwie nicht... Kann man die linke Seite hier irgendwie beschädigen, dass man das aufbekommt? Granaten oder so am Bau nicht? Boah, ist doch blöd! Okay, ähm... Ich weiß es nicht. Entweder starten wir doch noch mal neu hier. Ja. Um den Text noch mal zu hören. Ja, lass uns das mal machen. Ja, ist wohl am besten, ne? Ich weiß nur nicht, wie wir das jetzt neu starten. Äh... Achso, Neustart ab Kontrollpunkt. Mach ich mal? Ja, mach mal. Hä? Wo waren der... Höh? Äh! Geht... also... Ah! Jetzt! Unglaublich viel Geld verdient. Wir überschlagen das mal... Ja, über 100.000 Euro! Das ist natürlich super cool!